Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Magical World 2 meine Freunde Ich hoffe euch ist das gut. Mir ist es auf jeden Fall ganz gut meine Freunde und das würde ich sagen. Ja, ich würde auch einfach jetzt heute mit einer neuen Party von Let's Play Magical World 2. Ja, endlich geht es weiter meine Freunde. Sehr schön. Alles klar. Yes. Warte machen. Boom und fertig. Los geht's. Frommstorf. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich mal wieder Bock auf und auf eine neue Folge von Let's Play Magical World 2. Sehr schön. Mal ein bisschen, wenn wir kindisch sein. Ist auch gut. Ist auch gut so. Finde ich nicht so. Bisschen höher machen. Das ist perfekt. So ist auf jeden Fall die große des Aufnahmens Bildschirm auf jeden Fall perfekt. Wurde ich auch sagen meine Freunde. So ist schon ganz gut. Okay. Let's go. Wir machen einfach jetzt mal hier einfach mal diesen Party beginnen, dem wir beginnen werden, dem wir beginnen werden. Wir beginnen einfach diese Folge hier. Ich bin auch sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch schon recht dicht drauf. Meine Freunde, also ein bisschen hier auch auszuschütteln. Also sehr gut. Ich bin auch echt sehr gespannt. Sehr toll. Was gibt's für Sachen hier noch? Ja, wir sollen, ja, wir wollten ja auch hier reingehen. Wir sollten hier reingehen. Wir wollten hier reingehen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch einfach jetzt hier rein. Wir haben uns ja auch beim letzten Mal, ja, der fünfteste Gold. Dankeschön. Los geht's. Dankeschön. In Mickey Mouse Haus. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Willkommen. Ja, hallo. Ich hoffe, das ist gut. Sehr schön. hallo gefällt dir was ich aus aus dem raum gemacht habe ja auf jeden fall ich brauche auf jeden fall darauf dankeschön entspannt dich und fühle dich viel zu hause ja sehr gerne so stimmt ich habe etwas wichtig dass ich dir gerne geben würde bitteschön ich hoffe es gefällt dir auch vielen dank das war eine von vielen dank also echt nicht mehr von dir vielen dank vielen vielen dank ja ich denke jetzt viel wunderbarer ich auch zum rest dein ausfüß passen ja okay wenn alle deine kleidung stücke zum selbst gehören kriegst du ein es ist da habe ich immer was machen meine frauen ich würde sagen bevor ich es mache hat eben was war also bis gleich lang schon und wir sind dann schon so eine freude ich will sagen das gibt es den vorwarten und ja genau ich freue mich darauf meine freunde und viel spaß beim zuschauen ja ich habe es gebraucht gerade aber sie gleich ja auch ich habe mir auch ein bisschen jetzt die frisch gemacht ist auch was gut durchführt auch sagt okay ganz schön das ist auch und ich wünsche euch auf jeden fall dass sie überhaupt was viel spaß man ja beim zu sehen heute machen wir weiter mit diesem geilen spiel hier also das go ganz schön du kannst nun auswärts aus dem hauptmenü auswählen okay alles klar vielen dank dass mir gesagt hast du nicht von dir echt ne von dir ok was hat die sachen ein erst er ist herrn blanche okay das hat das frau ich sehr ich weiß nicht was das ist aber ist okay groß war jetzt um hier ich auch okay ich habe mir wirklich gut okay cool herr so gut ja gut das ist aber echt ist echt mehr gut auswählen also das geht auswählen auswählen muss ich auf mir was zu sagen also ich finde es auch richtig so meine freunde ohne witz das auswählen wäre relativ gut oder auch ganz schön gut also ich finde ich auch für jeden fall ganz schnell so muss ich ganz schön ehrlich sagen meine freunde aber gut okay alles klar wähle ein outfit machen wir auf jeden fall so ziert nach typ ich kann gleich mal machen muss aber es ist egal okay dann machen wir mal weiter meine freunds ich glaube ich mache es auf jeden fall ganz gut meine freunde deutsch auch okay alles klar dankeschön eigentlich klar so könnte auch anlachen okay aber man möchte mir auf jeden fall hier etwas zeigen auf jeden fall weil ich doch nicht rauskommen weil ich kann auch nicht auf die drücken auf dann aber ja gut alles aber warum 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 es nicht geht aber sehr komisch alles klar okay ja sorry jetzt habe ich ja jetzt habe ich da richtig gemacht entschuldigung habe ich gar richtig endlich gemacht da freue ich sehr dankeschön endlich habe ich mal richtig gemacht ja genau wie ich dachte wie ich gedacht habe okay wie wunderbar auf folge alles auch auf englisch also man spricht wurde auch fast genauso aus wie er wie auch im englischen das toll wie wunderbar mario love jeder auf deinem schloss gelände ist ein größter ein großer modefeld okay wenn jemand besonders schick ist werden alle sagen dass er oder sie schön ist und wenn du in eine perfekte zusammengefasst eine assemble unterwegs bist und einmal mit der aufnauben einmal und einmal bitte ganz schön laut dankeschön dankeschön jetzt reicht mir oder stimmt du hast da so gerade so hübsch zurecht gemacht wo du es und auch bist ja mario lauf dankeschön warum zeigst du nicht jedem dein neues outfit bin ich sicher dass dir alle komplette machen werden ja auf jeden fall da machen wir auf jeden fall ist so gut die auf jeden fall vielen dank es wurde es wurde so auch irgendwie und mal die speierl okay sehr gut okay wir machen mal weiter dankeschön man kann wohl nicht in einen räumen reingehen aber auch gut aber meine freunde ja es ist einfach ein cool spiel einfach ohne witz ist einfach ein toll spiel so weiter geht man so okay ich weiß keine was ich machen soll aber ich glaube erst mal kommen erst mal so ein bisschen ja interessant auf jeden fall machen was hier hier vor sagen mal hallo wie gefällt ihr meinen schön und so kann man sagen cool das coolste dass ich hier mal gesehen habe auch mein gott du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst ein gutes kompliment ach so ich glaube ich muss erstmal ich muss die nur ich muss die nur so ich muss halt nur vor den stehen dann dann kriege ich auch schon war den ja auch berühmte kann man sagen hier lässt es mich mal ausprobieren ppp ja ja es reagiert auf dich hoch was erzähle ich das ist doch nur meine meine art die der zu sagen das ist cool dass das du cool aussieht vielen dank das ist echt eine gute aktie vielen dank ja ja kein problem okay alles klar okay ich habe auch viel zu labern okay ja ich bleibe auch echt aufgeregt und außerdem ist auch ein cool spiel meine freunde und außerdem ja jetzt auch lange jahres aber ich bin auch zu favoriten auf jeden fall aha ja okay dein outfit ist jedenfalls cool ja dankeschön sehr nett von dir na dann schon mal geht's hallo hallo jetzt haben wir auch alle geschafft okay sehr schön dass wir jetzt alle von den leuten halt mal also wir waren halt in der nähe von den leuten da haben wir haben halt auch die leute auch bis geholfen dass die und auch gesagt haben ja wir haben echt ein cool schritt an das haben wir so dafür auch ein neues einen neuen zimmer bekommen meine dafür deswegen wäre es einfach schon noch 6 bekommen sehr schön und 6 ja haben wir bekommen sehr interessant siehst du es hat ihnen gut gefallen oder ja auf jeden fall ich bin sehr dankbar auf jeden vielen dank viel spaß dabei verschieden aufflitz ensemble ausprobieren okay gerne oh stimmt das war dass wir gerade über mode reden ich hätte fast vergessen die etwas wichtiges zu sagen okay gerne kann problem machen wir gerne machen wir wirklich sehr gerne vielen dank es gibt einen ort nicht die gerne zeigen würde okay machen gerne kommen wir gehen zu vielen dank ganz schön es ist der zu viel näher wagen da gibt es jede mehrere interessante sieger zu kaufen oh mein gott wirst du besser vielen dank dank schon vielen vielen dank da ist klar da war jetzt ich wollte die mama schnuck die buchse ich mache ich sehr gerne auf jeden fall sehr gerne oh gott ach toll naja das lebt dank dass mir ein bisschen mehr komplette massen oder dumme kuppeln macht das ist eine volle vielen dank so hat auch so ein cooles musikstück auch einfach einfach so eine coole information und auch echt ein cooles cooles atmosphärisches spiel weil es einfach es macht auch so was viel spaß kann man sagen also ohne witz auch wenn ich lange nicht mehr spiele habe aber ich habe trotzdem noch lange spaß ich habe trotzdem noch immer spaß du musst einfach sagen okay jetzt sind wir hier und jetzt gehen wir mit mit ihm jetzt gehen wir mit mini maus sorry ich gehe mit mini maus zusammen woran es geht auf jeden fall ja einfach mal folgen genau ist er vielleicht ja ja ist er vielleicht der laden da ist er verladen ich glaube nicht die nummer sieben vielleicht nur sieben ist der laden mal sieben die nummer acht okay ja gut ich dachte ich einkaufen gehe aber nicht nee das ist nicht nicht der laden hier das ist der draußen haben okay das ist doch wenigstens was von als vielen dank hier ist der laden den ich dir zeigen wollen oh voller ist dankeschön dass du mir das auszeigst vielen dank alles klar alles klar die mucke so wurde schon was denkst du er ist nicht überreizend auch er ist auf jeden fall als vielen dank ja und was sie hier anbieten er sich sich sogar mehrmals am tag genau die auf jeden fall denn als vielen dank alles klar ich frage mich was sie wohl gerade verkaufen lasst uns mal nachsehen auf jeden fall vielen dank alles klar das ist einfach extra geil gemacht unwitz und jetzt denke ich mal muss ich muss ich auch ich sollte ich sollte zumindest meine freunde ja einfach mal diese letzte aufmachen die nächste einfach mal öffnen glaube wir am fünften mal jetzt das sechste mal den neuesten aufmachen diesen neuen freischallung ja dankeschön als da bei der video juhu und dumm aufgemacht dieses geile dieses geile geräusch ist einfach das beste was es gibt ohne witz einfach so ein extra gutes geräusch was mir einfach immer ans herzen liegt dankeschön ja sehr gut dankeschön hallo alles klar bei euch ist die hannah und die hannah ist wohl die verkäuferin okay das ist sehr interessant alles klar hallo spazierte lehrerin und auf lustige produkte denen man einfach nicht widerstehen kann bitte sie sich ruhig um mein freundchen stebe macht dir spaß und so aber wir aber wenn wir schon mal hier sind aha also kein problem ja du bist aber auch echt eine kleine kauf kaufsrausch also über alle an die kaufsrausch frau kann man sagen das ist einfach so für meine freunde ist einfach so toll das frau wir auch wirklich sehr dass ich eine an der der gute damen hier habe die mir und dass sie selber auch einkaufen die ganz viel gerne einkaufen geht shoppen geht ganz viele verschiedene sachen machen sind einfach es ist einfach so ein geil scheiß also es ist einfach extra gute problem wirklich sehr alle klar wenn ich einkaufen trat trachte es einfach als geschenk von mir als andenken daran die unsere freundschaft begonnen hat aha sehr dank schon okay sehr gut okay sehr gut okay ja das ist aber ich auch gerne hat hat habe ich gerne macht kein problem ist kein problem meine frau habe ich immer sehr gerne gemacht so da und hier drauf hier und noch drauf du kannst du und da auch jetzt genau die auch hast ich weiß auch wenn ich auch spricht habe ich gelernt in der in den letzten jahr mal ich kann man es ausbrechen also es heißt aha spaß haben ja dann schön dass wir gesagt dass vielen dank habe ich gerne gemacht meine frau so was da jetzt war ich soll jetzt am besten soll jetzt soll am besten haben wir hier aus anziehen aufgeben von meiner vorne das frau mich natürlich ganz schön gut meine franz anziehen kann es einfach weil ich auch einfach nur gerne mal was man anziehen will weil ich einfach nur noch viel besser ich werde noch viel besser aus wie jetzt halt weil ich stehe jetzt haben ist gut aus aber ich werde doch was ausländen sehen will ich mir auch noch viel besser deswegen ja die ballon sind künft ja gerne wenn der fährt anziehen ja sehr gut das frau sehr das auf jeden fall ein astuart ok und das ist immer sie wenn man gar nicht was auch meine freunde bestimmt kommen wir dann auch weiter immer weiter zu machen weil das nummer acht ist einfach ist einfach heftig ist einfach heftig was die nummer einem der nummer um die nummer acht mal nicht weil da ist nämlich der einkaufsraten hier neben uns nebenan halt später sieht es einfach extrem geil und sexy gut deswegen dankeschön vielen dank zack 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 tanzel boom boom und boom